Für das Team USA Matthew Christensen, für das Team Niederlande Nikita Laikin. Ja, auch hier sehen Sie wieder, wie im Kampf davor, verlassen der Matte, wird mit einem Zähler bestraft. Zweite Mal, die Master verlassen, Lila, ein Punkt für Nikita Laikin. Ja, der Ringer in blau. Mit einem Hüftschwung bringt er seinen Gegner in die gefährliche Lage. Vier Punkte für die Aktion. Und der Ringer aus den USA kann sich befreien, nimmt wieder die Bauchlage ein. Und Gelegenheit für Nikita, aus der Bodenlage Punkte zu erzielen. Zum Beispiel mit einem Ausheber, den er hier versucht, um den Gegner nach hinten zu werfen. Er rollt ihn in die Brücke und auch das sind dann zwei weitere Punkte für den Mann im blauen Trikot. Zwischenstand von 8 zu 0 für den Mann im blauen Trikot. Dazu ein Hinweis, wenn einer der Ringer eine Punktdifferenz von 15 Punkten erlangt, dann wird er zum Überlegenheitssieger erklärt. Und der Kampf endet dann. Und in dieser Situation weitere zwei Punkte für den Mann im blauen. Und jetzt ein Hebelgriff am Boden, mit dem er seinen Gegner wieder in die gefährliche Lage befördert. Auf dem Weg zum Schultersieg, aber der Ringer aus den USA befreit sich wieder, um dann jetzt die Matte zu verlassen. 13 Punkte für Nikita. Wie gesagt, 15 Punkte Differenz, dann ist der Kampf beendet. Das ist jetzt in diesem Augenblick der Fall. Sieger mit technischer Überlegenheit für das Team Niederlande Nikita Laikin.